so guten morgen kinder ist rdlp hier und weiter geht es mit far cry 5 ja gibt es hier einen shop ne gibt es nicht jetzt wahrscheinlich echt nicht naja nur ein auto shop dem auch jetzt nicht ja gut ich habe jetzt schon ziemlich viele widerstandspunkte fertig da muss ich seine mission noch machen ja ich weiß gerade nicht wie es mit der munition aussieht ich hoffe gut dann geht es diesem john sieht bald an den kragen ja das sind wir damit auch dann schon durch finde ich gut weil den mag ich echt nicht der spinnt ein bisschen 10 schuss ist ja ganz toll ja wird schon reichen also jetzt kann auch hört wieder anheuern so wieso sitzen wir im flugzeug luftangriff oh nein super muss ich das zum flugzeug machen ich glaube mir bleibt keine andere wahl flugmisten kann ich überhaupt nicht ich weiß doch gar nicht warum jedes spiel immer so eine flugmission braucht zum glück gab es das bei ghost record nicht ja da war ich richtig froh jetzt hier schon wieder macht man noch mal bomben habe ich zerstört ich hoffe ich habe ich nicht ja chess black chess black ganz toll ich habe das jetzt hingekriegt ich weiß es nicht ja ich doch nicht ich lass doch niemanden entwischen hier so ja dicker bist du lenken das so jetzt hier finde ich gar nicht cool ja von hier treffe ich den natürlich nicht bisschen schneller fliegen nicht dass der mir hier noch ankommt ja so treffe ich den nie wieso muss ich denn jetzt toll das habe ich richtig schön verschissen wieso muss ein maschinengewehr am flugzeug nachladen kann mir das mal jemand erklären mein flugzeug ist gleich down es ist gleich down ich sehe ja nicht mal wo der tanker hingefahren ist ja toll ja ist super so ist das das sagst du mir jetzt wo ich schon down bin das ist ja nicht ah man ich mache das einfach ohne flugzeug die kannst du überhaupt nicht steuern die kisten das maschinengewehr ist sinnlos ja toll ja komm jetzt her jazz oder wer auch immer ne grace da drüben da ist was ja wir haben es so eh verschissen ich kann auch aufgeben die sind eh schon über alle berge bis der mal angetigert kommt ich habe ja auch keine panzerfaust mehr oder so raus ich muss ich muss ich muss das im flugzeug machen ich mache das nicht im flugzeug ich mache das jetzt so ist mir doch egal ich habe mir gar nichts zu befehlen die leute ich muss da rüber zählt nicht als befreite geisel schade ah ich muss da reinsteigen es geht nicht anders ich muss in dieses flugzeug oh man ich hätte mir auch den Fallschirm mal holen sollen egal nützt ja jetzt nix kann ich da erst wieder zurückgucken ja Flugmission kann ich halt gar nicht man merkt das glaube ich auch oh shit ja bis ich hier mal wieder bin ey wenn gleich kommt ist hier um fehlgeschlagen ne ja aus raus ich brauche jetzt ich brauche das jetzt nicht mehr boah boah diese flugzeuge sind scheiße das muss man einfach mal so sagen vor allem die Bomben abwerfen das ist richtig unpräzise ja geht auch fast es nicht jetzt nicht nur dass die sonst immer im Weg stehen jetzt stehen sie sogar mit ihren Fahrzeugen schon im Weg man hört denkt doch mal mit so das ist glaube ich näher dran ja spray ist nieder nein geht nicht ja toll die knallen mich schon wieder ab wie viele Flugzeuge habe ich denn zur Verfügung wieso hängen das so viel aus ja als ob die mich von dahinten noch treffen du willst mich doch verkack eiern boah freck doch endlich das gibt's doch nicht ich hoffe mein Flugzeug ist noch im halbwegs guten Zustand ah scheiße oh oh schön schön hä das war nicht mein Konvoi ich sehe einen ja ich sehe auch ganz viele gehen wir mal doch die Bomben was war denn das jetzt schon wieder ja super kann ich nochmal zu dem Flugplatz hingucken ja man es geht halt nicht das Flugzeug ist für den Arsch das Maschinengewehr ist für den Arsch das ist alles für den Arsch ja wie soll ich denn das da machen das ist witzig spiel das ist echt witzig ja wiederbelebt mich jetzt ich sehe nicht mal was keine Ahnung wo ich bin ja super jetzt kann ich nochmal ins Flugzeug ne klasse verpiss dich doch jetzt ich bin dein schlimmster Kallers ich habe gerade keine Zeit für euch checkt ihr das irgendwie nicht ja toll jetzt hätte ich nicht mal mehr Munition dafür ja die Mission habe ich verschissen ja wie soll ich denn da jetzt hinkommen ich kann auch eine Geisel befreien wenn ich schon mal hier bin ich mache doch gerne was für euch ja klasse ich weiß wir haben es noch lange nicht geschafft aber all deine Taten schenken dem Widerstand Hoffnung und Antrieb ich komme mit dem Zählen kaum noch mit so viele Leute wollen uns bei unserem Kampf unterstützen es ist nur eine Frage der Zeit bis wir Johns Seed ausschalten ja Digga ich muss hier erst mal die Convois ausschalten das gestaltet sich gerade ein bisschen schwierig weil ich kein Fahrzeug habe habt ihr wohl wen gefunden? oh weiter fötet ihn immer schön im Zickzack Baby ich gehe rein oh man der hält ja alles aus der hält alles aus scheiße ich brauche hier mal Hilfe ja ist ja gut sie ist auch down ja ach so ich habe gar kein Flugzeug mehr zur Verfügung ich darf das jetzt oldschool erledigen ja sag das doch da hinten ist ein Quad oh fuck mein kaputt was machst du jetzt oh Leute das ist ja immer bescheuerter oh man ich hätte meine Raketenwehr von dich weg boah was ist das hier ja ich störe euch da mal ganz schön ich will das noch auf YouTube stellen können ja ich glaube ich spinne da ein bisschen was die Kühe da veranstalten mitten am Tag naja gut es ist nachts oh geil ich kann über den See fahren natürlich das Quad ist Jesus ist eh klar so boah 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 die Mission habe ich schön verschissen ja mit meinem Gewehr soll ich das jetzt machen oder was oh man ja ich zerstöre jetzt kein Eigentum erst mal mache ich das hier mach's kaputt mach's kaputt genau eine habe ich ja schon mal down fehlt ja nur noch der andere boah ey das ist ne Mission du zwei Flugzeuge vernichtet keine Munition mehr scheiße gib mir irgendeine Waffe nicht die kiss dich jetzt ey wieso nützt du dir nicht auf ey bescheuert oder was so so weiter geht's ich wollte eigentlich die Geise befreien ich glaube das habe ich jetzt verschissen ja ja habe ich verschissen egal ich muss ich muss bei der Mission jetzt bleiben nur noch auf die fokussieren ja nur auf die Mission fokussieren und dann wird das auch äh ja toll was soll denn das jetzt gehen hier was soll ich hier abbiegen ich habe ja nicht mal Munition dafür ist ja super schön es wird ja immer besser zu freundlich Leute oh aber ich kann Granaten werfen das stimmt wir haben Gesellschaft ja wir haben immer Gesellschaft hier oh man 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 gleich kommen wieder die Flugzeuge von den Auserwählten ist die dazu kommen ich gehe von Punkt B zu Punkt A aber vermutlich nicht in der Reihenfolge ich habe jetzt keine Zeit die Zivilisten zu befreien boah ja wo ist denn der Truck Guns am anderen Ende der Welt oder was scheiße so geht doch ja toll ich bleibe aber sowas von auf dem Quad sitzen oh man oh man so schön ist das wieder drei Fahrzeuge hinter mir her klasse wo ist denn der jetzt das hat gut funktioniert weg hier ah nein das war der falsche ja als ob die mich von da hinten noch treffen das ist doch unlogisch boah ich bin fast down ja als ob die mich noch treffen oh das kann doch nicht wahr sein jetzt verpisse ich mich gerade von denen obwohl ich die eigentlich töten müsste runter ja so wird das nix mein Quad ist fast down es wird immer schöner okay nochmal durch den Wald brettern oh man ich dachte ich hätte es geschafft habe ich aber nicht ich habe das falsche Fahrzeug abgeworfen mit meinem Dynamit boah ich rutsche hier ich gehe von Punkt B zu Punkt A aber vermutlich nicht in der Reihenfolge ich habe nur noch Messer Digga das sind vier Fahrzeuge wie soll ich das denn machen mit meinem Quad ja auch keine Ahnung ich schneide mich sowas von runter gerade ich kriege gerade so auf die Fresse das ist ja nicht schön aber ich habe sie abgelenkt jetzt ist das Ding da vorne alleine das ist schon mal ein Fortschritt wenn ich da mal hinkommen könnte noch mehr Gegner so ich bin wieder auf Strecke ja ich zerstöre ja die Konvois ich bin ja dabei ich habe aber keine Muni mehr oh man das habe ich schon extra diesen Vorteil gekauft mehr Munition trotzdem reicht es nicht ich habe ja auch nicht mehr mehr Dynamit oh man ein Granatwerfer wäre jetzt mies mies gewesen keine Ahnung die schießen mich gerade ganz schön runter kacke nein die Waffe nicht ich habe doch gar keine Muni mehr dafür ich muss das irgendwie machen mach doch mal was ich habe nicht mehr mehr Midi Packs ja ohne Munition wird das nichts wie soll ich das denn machen wir schießen doch ab muss irgendwie an Munition kommen oh fuck die Wurst an ja Digga ich habe es verkackt ich habe es verkackt ich muss mich mit Munition eindecken ja komm komm ich habe es begriffen ach das ist scheiße das ist scheiße ich kann die ganze Mission normal machen oh man das ist scheiße diese Mission ich muss zum Glück nur rein das wurde auch gespeichert gut war ja klar die haben dich durchschaut Deputy erscheinen zwei weitere Tankwagen zu geben und die wollen sie aus der Schusslinie bringen lass ihn nicht entwischen hey Deputy hast du noch ein Flugzeug was soll das jetzt ich habe doch eine automatische Gun oh man so jetzt aber hier hast du alles für den Hintern jetzt kassiere ich richtig zerstöre nicht das Fahrzeug jetzt geht er auf mich verpiss dich so raus okay jetzt jetzt sieht es gar nicht so schlecht aus ich steige nicht in nichts Flugzeug ich mache das jetzt so jetzt mache ich auch wieder Muni das ist gut Ich habe keine Munition mehr. Was war das jetzt wieder? Ich habe ja keine Hilfe mehr. Alles ist down. Natürlich. Den hole ich ein. Nein, ich habe die falsche Tasse gedrückt. Mein Kaputt. Boah, wie lange ich mit dieser Mission brauche. Ich glaube mir, jetzt der ein Fahrzeug. Ja, für das Truthahn-Dings habe ich jetzt keine Zeit. Ich nehme mal die Karre, Jungs. Ja, lasst mich doch jetzt in Ruhe. Oh, wie soll ich das machen ohne Munition die ganze Zeit? Ich muss die ganze Zeit improvisieren. Das gibt es doch nicht. Geh doch aus dem Weg hier. Sitzt der wenigstens... Ne, der ist nicht dabei, mein Hörg. Ich ramme das Ding jetzt kaputt. Keine Muni. Scheiße. Irgendwie wird das schon. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, mir will jemand weh tun. Ja, bleib doch stehen. Steig doch aus. Ja, ich habe jetzt keine Zeit für Geiselbefreiung. Bleib stehen. Bleib stehen. Bleib doch stehen. Verdammter Kacke, der killt mich. Ach, der killt mich auch. So was von down schon wieder. Ja, er hat eine Waffe, ich nicht. Steig dich! Kann mal jemand aufs M.G. gehen und den kaputt ballern? Raus. Ey, ich habe es geparkt. Offenbar hat die Sekte einen Aufklärungshelikopter in der Luft, der die Stützpunkte des Widerstands ausspioniert. Du musst ihn abschießen, bevor sie zum Angriff übergehen. Na toll, ich habe keine Munition mehr. Checkst du das mal? Das gibt es doch nicht, ey. Ich hätte doch das Flugzeug nehmen sollen. Wo ist denn sein scheiß Flugzeug? Ich bin hier. Ich zerstöre die Helikopter. Und nicht mehr hier. Kann ich jetzt eine Schnellreise machen? Als ob das geht. Wenn jetzt die Mission weg ist, dann weine ich. Die Regierung dazu veranlasst, alle US-Bürger auf Reisen in Asien oder dem Mittag... Gut. Ich habe ja gar keine Wahl. Ich habe keine Munition mehr, nichts. Naja, heulen wir mal rum. Jetzt ist es so schwer. Früher war alles besser, alles klar. Ja, ich habe ein Flugzeug. Jetzt lass mich mal in Ruhe. Ich will das endlich schaffen. Ich dachte, ich hätte es jetzt mit den Konvois. Ja, Fleitsche piepen. Das ist viel zu schwer, Alter. Ja, die sind in der Luft. Natürlich. Natürlich. Haben bestimmt auch Waffen dabei. Na, klasse. Bist du dabei? Oh, Gott sei Dank. Wie kannst du die abschießen? Ich habe mich noch nie so über den Typen gefreut. Kann das nicht? Er kann es nicht. Na, das habe ich gut hinbekommen. Ah, ja. Der hat bestimmt Fernwehraketen und so ein Kram. Nein, den muss ich verfolgen. Komm. Hä, was? Wo ist denn der jetzt hin? Da. Ja, wieso kann Hörking denn nicht abschießen? Ja, geht doch. Ja, ja. Laber, du Mann. Ich bin hier gerade ein bisschen konzentriert. Stürzt er ab? Ja, ich weiß, wer die sind. Ja, toll. Das habe ich jetzt auch noch am Start. Ey. Geht es eigentlich noch bescheuerter? Er ist viel besser als nicht. Guck mal, wie gut der fliegen kann. Guck mal, wie ich hier rumgurke. Boah. Ist das Top Gun Musik? Wollen die mich verarschen? Oh, oh, oh. Ich kann nicht schießen. Ich habe keine Munition mehr, oder was? Die ganze Zeit Muni leer. Oh. Oh, fast gehabt. Komm jetzt. Nein. Wieso stützt das dich ab? Ja. Bitte war es das jetzt. Zucker, ja. Du bist echter Konkurrenz, Phoenix. Sein Ego wird schneller Luft verlieren als ein Football der Patriots. Ich kann es mit dem Luftangriff gar nicht. Doch, kann ich. Okay. Das habe ich bis hierher gehört. Du musst einen Sektensilo getroffen haben. Die sind randvoll mit Dünger, aus dem die Peggys Sprengstoff herstellen. Dasselbe Zeug, mit dem diese Arschlöcher Nick und mich angegriffen haben. Oh ja. Mein Vorschlag? Nimm nix Flugzeug. Der hat bestimmt nichts dagegen. Der ist ne Nebenmission. Die mach ich nicht. Ich gucke hier noch ein bisschen durch die Gegend. Ja toll. Toll. Ich wurde wieder gezeichnet. Das machen wir im nächsten Video, Freunde. Bis dann. RDLP, das war echt ne Mission, von der ich mich erholen muss. Oh Mann. Okay. Bis dann.